Ja, hallo und willkommen zu einem Infovideo. Dieses Infovideo dreht sich um einen Stream, der wird heute um, schätze ich mal, um 18 Uhr, 17, 18 Uhr stattfinden. Mit dem Kevin wieder, also nicht mit dem Rydenator, sondern mit dem Kevin werden wir wahrscheinlich auch Xbox zocken und eine gute Nachricht ist, ich habe jetzt ein anderes Mikrofon, wie man wahrscheinlich nicht erkennen kann, weil eigentlich ist es rein theoretisch fast dasselbe Mikrofon ist, also es ist auch von Rankforce oder wie man das Ding nennt. Auf jeden Fall, es sieht anders aus. Ja, ich blende jetzt einmal schnell ein Video ein, wie das Mikrofon aussieht. Und ja, so sieht das Mikrofon jetzt aus, ist ähnlich wie das andere Mikrofon, nur halt hat es hier einfach mal Kopfhöreranschluss, da habe ich jetzt auch meine Kopfhörer dran. Hier, also kann ich hier die Lautstärke für die Kopfhörer einstellen, auch Systemsound und hier ist halt das Mikrofon an sich kann ich einstellen. Ja, so sieht das jetzt aus. Leider, die eine blaue Altidee, die stört mich ein bisschen, aber ich kann nichts machen, ich will die Garantie diesmal nicht irgendwie zerstören oder ja, es sieht ähnlich aus, nur dass halt hier so ein Filter drin ist. Wenn ich den jetzt mal umswitche, hat das ein bisschen mehr Bass, aber ich finde es persönlich so ein bisschen besser. Hier ist eingestellt, also dass ich hier lauter machen kann oder leiser, praktisch wenn ich jetzt halt irgendwo in einem Raum aufnehme, wo nur ein Mikrofon ist und ich nicht direkt an dem Mikrofon dran bin, dass ich praktisch das einstellen kann. Auf null setzen praktisch. Ja, das ist die Kapsel, ist die, glaube ich, die allergleiche Kapsel wie von meinem alten Mikrofon, wo ich zerstört habe. Und ja, USB-Anschluss hat es auch, ganz normal, praktisch hier, kannst du es hier runterschreiben, das Mikrofon. Die Spinne ist anders, praktisch das Teil, der Gummi-Teil, das Teil, wo das Teil aufgehangen ist, das ist einfach nur auf solche Gummihalter aufgebaut. Und hier habe ich das halt dann so rangebaut und ein neues Kabel habe ich auch noch hingetan, ja. Und das war es zu diesem Mikrofon. Und ja, und jetzt geht es weiter. Und ja, so sieht das Mikrofon aus. Mach gut die Dienste, also ja. Auf jeden Fall, das war das Zweite. Das andere Mikrofon ist jetzt da drüben. Das funktioniert auch. Also ist praktisch für den Roder Nato oder für den Kevin oder falls irgendwer anders da ist. Und ja, also dann freut es euch auf den Stream. Der wird wahrscheinlich so 5, 6 Stunden gehen, so wie die Nummer 1 Streams von mir auch. Ach ja, und noch eine Info dazu. Jetzt werden wahrscheinlich jeden Tag wieder Gaming-Videos kommen, weil ich habe das Problem mit dem Mikrofon jetzt behoben. Heißt, ich habe ein neues gekauft. Und deswegen kommen jetzt mehr Videos auch dann wieder. Wahrscheinlich, schauen wir mal, wie ich das mit der Schule mache, beziehungsweise mit der Arbeit mache. Aber es wird funktionieren. Ja, und das war es für dieses Info-Video. Und dann sage ich Ciao mit V und ich bin raus. Bis zum Stream.